ja hallo vorne von dr bot ja ich muss mir einen kleinen fehler eingestehen denn ich habe nicht gewusst dass mein kollege janni sein kanal geändert hat und der jetzt pike pirate heißt und daher muss ich euch noch mal darauf hinweisen geht auf diesen kanal pike pirate und dort seht ihr ein super video über trockenfisch ja das wollte ich nur noch mal berichtigen und deswegen würde ich sagen was soll ich noch sagen ich weiß nichts mehr alles gute bis bald dr bot